Hallo, Ferro. Hallöchen. Erste Folge Ferro 2 mit dem komischen da. Hallo. Larrn. Wo eigentlich Bäume? Das ist eine gute Frage. Da hinten. Ja, okay. Ihr seid sorgt tot, glaube ich. Ganz gut. Ja, schade, ne? Oh, wir haben zwei Minuten. Was, wir lassen mal nichts brinden. Wir müssen auch, das ist toll. Okay, lass uns bitte Bäume holen. Ja. Lass Bäume holen, wir hauen die kurz rum. Was? Spielen die kurz The Forest. Ranschwerter, oder? Ja, gerade zwei Minuten. Ja, okay. An jeweil noch ein bisschen weiter weg, so. Aber ja, wir schaffen die sich. Ich nehm ganz oben, zum dritten. Ja, ich nehm bitte. Und du unten? Ja. Oh, doch. Okay, mach du, mach du. Ich baue runter. Oh, da ist Theorid. Warte mal. Hier, Stein, hier, Stein. Komm runter. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Oh, das ist ein Spawner. Wird sich jetzt ernsthaft da reinbauen, wenn wir nur zwei Minuten haben. Erforschung, Power 3. Äh, dann komm mal schnell hier rein. Dann komm mal schnell raus. Ey, sie sind mich belästigen Zombies. Zombies belästigen dich. Komm schnell, komm schnell, komm schnell, komm schnell, craft schnell, craft schnell. Ich kann nicht. Zitka. Dann lass einbauen. Äh, wo, crafting table. Hier. Mach schnell, mach schnell, mach schnell, mach schnell, mach schnell. Ey, ich kann nicht mehr Sprinten. Wollen wir uns runterbauen? Jetzt mal ernsthaft? Nein. Dann Zombies. Ich kann nicht mehr Sprinten. Ich hab zwei Eimer. Ach so, scheiße. Aber, hä, ist noch drei Sekunden. Der Zuckerrohr. Hallo, Zimmer. Ja, ich weiß auch's Zucker, aber ich will überleben. Zuckerrohr, easy. Ich will diesmal nicht sterben. Ach so. Noch nicht. Ist das für Stauben oder wie? Nee, letztes Mal hab ich länger überlebt. Oh. Ja. Du hast mich vergiftet, cool. Jo, ich kann nicht mehr Sprinten. Oh, du schweißt du, Robis, was hast du was? Von xlittlex. Ja, hinter uns war ein Sodo. Oder so. Ja, das ist halt scheiße, oder? Wir sind halt so im Arsch. Ein bisschen. Sprint einfach nicht. Warte, komm mal, hier. Ich kann auch nicht Sprinten. Oh. Das ist auch gut. Verlierst du wenigstens keinen Hunger? Ja, doch, schon. Nein, nein. Das ist alles eine Illusion. Nee. Wir sind Hühner. Oh, Chicken, cool. Ja, da liegt das Hund. Hör doch mal hier. Oha. Oh, ich hab keine Hunger bekommen. Lass uns noch mal checken. Hier hinten hinten. Ja, du musst sneaken, dann kriegst du viel weniger. Sneaken, ja klar. Ja, jetzt doch wirklich. Jetzt auch, ich sneake. Ja, ich glaub, hinter uns ist einer. Schau. Ähm. Na, ja, geh weiter, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das andere war. Ja. Oh, jawohl. Oh, nur Zicken. Was ist das? Ja, ist halt scheiße, ne? Ja. Ich hab Hunger bekommen. Ja. Ich hab halt nix durchgelesen, ne? Ich hab die ganze Zeit, nur, weil ich einfach sprinten will. Boah, Malz hat einen. Äh, stark. Keine scheiß drauf. Wie viele Folgenhäuser, eigentlich? Das ist ne gute Frage, können wir gleich noch nachgucken. Ah, hier sind viele, bitte verkauf ihn nicht. Danke. Oh, wieder. Hier sind die Caves mehr. Ah, sonst. Ah, cool. Da will ich nicht hingehen. Warum nicht? Weil da wahrscheinlich Gegner sind. Wahrscheinlich für Schickhauser. Oh, das ist ein Babyhase. Scheiße. Hm? Hast du das nicht verwechselt? Ach, der Creeper. Äh. Geh mal weg. Einfach. Ja, hier war schon jemand. Malz ist tot. Also, wir waren wenigstens nicht First Blood. Ja. Wenn wir sterben. Aber, wir haben auch nichts erreicht. Egal. Okay. Kommst aber nicht First Blood, dann müssen wir uns nicht schämen. Okay. Was hieß hier eigentlich? Was? Zuckerrohr. Nimm ich. Alter, man kriegt so fucking viel Hunger, Junge. Das ist gelebensmüde. Gelebensmüde? Du bist lebensmüde, ja. Junge, wie viel. Ja. Ja, das ist ein Superrohr. Brühe. Ich kann gleich nicht was prüten wieder. Ach, Junge. Jetzt ist es so bodenlos. Ja, schon. Digga, warum sind die nicht mal Kühe oder so? Was soll denn das? Ich weiß, hier sind auch nur Hühner, ne? Wo bist du denn? Aber gerade irgendwie nix. Wo bist du denn? Ich bin vor. Also. Ja, wo bist du? Ich bin vorhin dir. Ach da! Junge. Ich bin blöd, sorry. Ich bin jetzt kurz unterbrockt. Ich hab selber keinen. So. Ah, Kev, du. Schade. Guck, jetzt hast du schon länger überlebt als Kev. Ja. Digga, es ist so scheiße, dass wir nicht sprinten können. Es ist so scheiße. Also, dass wir keine Tiere sind. Freie Fläche ist ein unnötiger Tod. Keine Ahnung. Ja, weil es ja auch keine Tiere gibt. Ich wollte halt eigentlich auf die freie Fläche für Schweine oder so. Weil die sind ja auch gerade. Ja, ich auch. Digga. Also, wirklich. Kuh-Spawn-Rate. Äh, Schweine. Äh, Schwein. Äh, Spawn-Rate. Einfach auf minus, äh, 3000. Es gibt halt ehrlich nix. Irgendwie. Einfach, äh, seltener als Dias. Ja. Ich glaub, wer hat die Dias-Spawn-Rate mit der, äh, Mops-Spawn-Rate vertauscht. Ja, Spawn-Rate. So mäßig. Was war das jetzt für ne Drehung eigentlich schon wieder von mir? Was hast du getan? Ich hab einfach meine Mose nach links bewegt, hab mich dreimal im Kreis gedreht. Du küsst. Wochen die halt auch noch nieder so, ne? Ja, so mäßig. Ey, das ist so scheiße, ne? Bis jetzt in, äh, so 6 Minuten 40 haben wir uns gerade mal 100 Blöcke bewegt. Wie geht der Adventskalender? Ich weiß nicht. Gibt's da mehr nicht gut? Wenn ein Adventskalender da wäre, der uns mal kurz einen halben Stack Food gibt. Ja, sehr cool. So mäßig, ja. Das ist so sehr wirklich. Ey, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Die einzigsten. Nein, das ist ein Babyhaus, scheiße. Ich wollte schon sagen. So, ja, hast du jetzt. Junge, du hast wirklich Tomaten auf dem Herd. Das ist ja scheiße. Schafe. Aua. MLG, scheiße. Hast du's nicht gesehen, okay? Ja, ich hab auch gekackt. Ja, wenn ein netter Mann kommt, dann wäre ich tot. Und auch, ey, geil, irgendwie. Alter, warum droppst du nur fucking ein Leder? Was soll das? Gib doch einfach mal ein Fleisch. Hast du eine Kuh bekommen? Oder wie? Irgendwie viel Schafe? Nee, also wirklich. Das ist so ein Troll. Hier sind noch mehr Schafe. Ja, ich weiß. Das ist ein absoluter Troll. Ach du, scheiße, sie ist ja voll viel. Ey, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Was ist das? Ampard, die Paul 17. Und wenn sieht ihr? Ach so. Warte, geh weg, da, geh weg. Nein, 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 nicht drauf. Wir müssen erstmal füllen. Ey, du kannst ihn in dein Auto halten. Der ist hinter den Baum, ne? Ich wills. Der Deck, der hat dich... Du hast dich nicht gesehen. Ja, komm mal weg, komm mal weg da. Warte, wer war das? Wer war das? Ich war Paul 17, der ist ober. Ja, wer? Paul 17, er hat einfach drei KS. Er ist alleine. Oh Gott. Ja, hab ich gesagt. Der hat zbündelt uns gleich. Kommst du? Ja, sag. Wo bist du? Ich hab' halt, kommst auf den Chestnut. Ach du, geh weg. Bündelt. Ja, Stefan. Der hat Suppen, hier. Suppen? Oh, wach. Ich hab auch, ich hab auch jetzt auch Leder. Aber wie blöd kann man... Ey, was... Hey, 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 hey. Warum rennt er denn in 2-1 rein? Weiß nicht, keine Ahnung. Der hat einfach Lebensmühle. Naja. Wie viel Flut hast du jetzt eigentlich? Äh, nicht viel, aber ich kann dir was geben hier. Nein, nee, alles gut, ich hab schon. Hab dir halt zwei Suppen gegeben, ich hab jetzt eine. Ach so, ja, ich hab jetzt auch noch eine. Hauptsache, ja, wenigstens haben wir jetzt einen Kill. Naja. Wenn man's erreicht, find's gut. Ich hab alles erreicht, was er reichen wollte. Oh ja, Zucker. Nein, ist noch mehr Zucker, hier rechts. Ja, genau. Soll ich da hingehen? Ja, darfst du machen. Aber pass auf, ne? Guck, äh... Bleib bei 5. Bleib bei 5. Ein Schwein, ja. Mal kurz die Fahrer. Ja, hol dich vor. Aber bleib bei 5, bis du da siehst. Oh, jetzt noch mehr Zucker. Lol. Gut, dann bleib für den 5. Ja, ich hab auch keine Sippen, oder? Oh mein Gott. Alter. Ich hab mich voll erschrocken. Junge, hier sind Schweine bei mir. Kommst du zu mir? Ja. Sie gehen auf Zucker, aber schon. Ich hab mich voll erschrocken, weil auf einmal hinter mir ein Hase war. Das sah kurz aus wie ein Gegner, der der Blocks liegt. Ich gucke. Alter, voll erschrocken. Stark. Hallo. Hallo. Lass mal rüber. Was noch Zucker raus? Wie hieß, überall Zucker raus? Ich haß das so sehen, wirklich. Aber kein Leder. Ist eigentlich irgendwas, noch was von dem Bekommen aus? Es war gut, dass hier noch überall Zucker raus steht, weil da war hier keiner. Ja, Kühl, cool. Ach, geil. Halt, ich geh zu den Kühlen. Aber nicht, Schweine. Ich hab 29 Zucker raus und ich hab ein Power-3-Buch. Ich hab 37 und 8 Leder. Power-3-Buch, ne? Ja, von dem Zwerger. Hä? Direkt Power-4? Direkt Power-4-Buch? Nee. Ich hab so viele Fehler. Ich hab ein Stack-Federn, ich hab ein Stack-Federn. Digga, wir können sowas vom Haus werden. Was für ein Stack? Ich hab fünf. Ich hab ein Stack-Federn. Ich check's nicht. Ich hab 58 Federn. Tee. Ja, ja, drei Stack-Pfeil und Reine, hä? Die Meter. Die Meter. Das ist der Weg. Ach, du Scheiße-Border. What? Komm mal da weg, komm mal da weg, jetzt. Okay. Ja, dann. Digga, pass mal auf. Zwei schwarze Männer. Oh, Gott, Digga. Bist du lebensmüde, Alter? Ja. Von den Endermännern, Alter. Das musst du zählen. Zwei schwarze Männer. Nein, schlag bitte nicht. Schlag bitte nicht. Warum soll ich nicht schlagen? Bitte nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht, Digga. Die sind so fucking stark. Nein. Doch. Die machen drei Herzen. Oh, scheiße. Okay, guck ihn nicht an, guck ihn nicht an, guck ihn nicht an. Er ist friedlich. Er ist friedlich. Gut. Gut. Jetzt, wir schaffen den. Easy, Pearl. Nochmal den anderen. Deine auch noch. Ach du scheiße, die Border kommt. Die Border kommt. Flawless. Scheiße, doch kein Flawless. Alarm. Alarm. Okay, lass weg. Ja. Ach du scheiße, Creeper. Hallo. Weggekommen. Oh mein Freund. Oh mein Freund. Oh, weit genug. Ach du Schweine? Rechts. Ja. Oh, das ist eigentlich am besten so. Also food haben wir auf keinen Falle Probleme gerade irgendwie. Alter, ja, wir farm ja auch die ganze Zeit und fooden das wieder weg. Ich finde es so komisch, dass es am spawnen irgendwie nix bei uns, aber jetzt haben wir in der Borderline halt absolut viel. Hier ist ein bisschen Zucker, oder? Ja, hier hinten auch, bei mir. So, kurz weg. Ne, ich food das gute Food nicht, die Suppe. Die Suppe. Die sind auch Schweine. Gut. Die Tür. Oh jo, sie ist auf 8. Gefallen so. Ich habe vier Leder auf einmal. Sehr gut. Ich habe ein Steak Zucker. Auf einmal, oder wie? Ja, irgendwie schon so. Ich hatte gerade eben noch mehr als du, oder so. Ne, da hatte ich auch schon 37. Ich habe 40. Ja, hä? Easy. Hä? Ne. Schwein. Schwein. Was wäre das Schwein? Oh. Oh, Alter. Nein. Oh, shit. Oh. Oh. Ich bin zum Schwein gegangen. Du bist du, hä? Hatter. Das ist ein Junge, Eiser. So, es muss nur noch 10 Sekunden, ups. Hat auf mich zum Mobben. Der Druck gehabt, das ist, nee. 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 Ich bin noch auf dem Server, irgendwie so 30 Minuten, weil ich einen Kill gemacht habe. 30 Minuten. 30 Minuten. 30 Minuten. Ich bin's. 30 Minuten. Ja. So. Ich rieße mir mal die Regen durch. Was machst du, Rek oder so? Oh, ist bei mir einer? Oh. Was? Ja, wenn wir immer bei Eiser schreien. Okay. Ich habe nur vier Minuten. Oh. Vier Minuten. Vier Minuten. Ach, Digger. Ja, das war's. Das war's. Das war's.